Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 6 und wir machen heute weiter mit der nächsten Quest. Die heißt Digeria und wir sollen mit Juan sprechen. Steht sogar hier dran, Avechina de Juan, also vom Büro von Juan. Das machen wir doch glatt. Warte mal, hier ist noch was. Ach ne, lesen, ok. Wenn ihr irgendwas lesen wollt, müsst ihr das Video einhalten. Ok, wir haben einige Dinge geholt. Ja, ich bin da. Ich habe das ganze Knie mit dem größten Knie auf dem Island. Die Anti-Aercraft-Kanons. Wenn ihr ein bisschen von dem Uranium habt, könnt ihr es zurück in meinem Office oder zu einem meiner Associates. Wenn ihr ein FND-Base habt, ein Team von Team Juan wird in und geben euch zu meinem Inventor. Und nicht vergessen, Rank hat es ihre Privileges. Wenn Clara ist ganz genug zu bemerken, wird sie mit einem besseren Geer zu verbinden. wir sollen alle waffen verdrohen und ich kann noch mehr abgerechnet mehr flugkampferanlagen stehe wenn ich im rang aufsteigen werden mehr waffen verfügbar gehen und das war nur das mittelfall waffenhändler ich habe genug angereichertes uran für etwas neues gut dann gehen wir mal dahin wahrens waffen werden das haben wir dann schön das eine improwaffe improwaffe und noch eine weitere improwaffe wir haben genug uran haben 300 die frage was wollen wir nun die macht sehr viel schaden zwischen der schrotsflinte würde ich mal spontan sagen die macht keinen schaden die mal ein bisschen was und ich bin macht die am meisten sinn weil die hat genau am meisten genauigkeit jetzt habe ich die hohe geschwindigkeit aber die hätten super schaden ja gut wenn wir sie holen gut luck labrador guck mal gerade rein was wir haben haben wir sie denn hier haben wir sie ach das ist so ähnlich wie okay dann mal als standardwaffe 3 auswählen wir können ja mal gucken du hast nicht genug mods du hast nicht genug material aber nicht okay hatte ich will ich aber gerne eine andere waffe nutzen ich bin aber eigentlich hier oder mal ich habe keine k47 aber bei der fl haben wir unten im 16 das ist hier auf jeden fall rein und das war okay kann ich die irgendwie an der werkbank aufrüsten kann ich die ja nicht gut gut alles klar ich dachte mir etwas hat immer hier ist doch irgendwas zum mitnehmen das war nur okay jetzt gucke ich mal das war hier weiter machen ich habe jetzt gerade hier können wir richtig kaufen dinge ich hoffe ich stehe so ein bisschen im weg so ich muss noch gerade gucken ach so hole alle waffen von ruhe angehen johanns beurte also wir haben nicht gerade so wir haben jetzt alle infos genau ziel abgeschlossen das ist jetzt die mission und ich kann mehr reichers und waren der flug haben wir lange stehen ich bin ich fragen aufsteigen wir war verfügbar so ich habe keine tors beurteile in seiner waffen hintergehen okay gut so, okay, warte mal, dann gucken wir mal gerade, was wir im Petitsbuch haben dann haben wir nämlich diese Mission hier noch Dani Rojas Dani möchte noch irgendwas von uns Once you're back at Santuario, shake the trees for guns, ammo, new believers Casio was surprised, let's keep it that way Welcome to Libertad, Dani I can leave anytime, what's the rush? Inspiring Let's free Yara, shall we? Castillo controls Oliveira with soldados, slaves, and blood The capital is a stronghold, we take Esperanza, we free Yara Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like F&D bases and checkpoints But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger To do that, I need you to recruit three groups in Yara to fight with Libertad Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire All controlled by his inner circle In El Este, foreign invaders like Miquet Industries suck our resources dry And Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline But the old legends of 67 can help us turn the tide They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara Their greatest guerrilla, El Tigre, is waiting with open arms to help you bring them on our side Then we have Valle de Oro Not just the engine of Castillo's Feviro operation, but also his propaganda machine Run by his Minister of Culture, Maria Marquesa But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign Máximas Matanzas They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad They've gone dark Last seen at a fort in Balaceras We need to find them before Castillo's forces do In Madrugada, we have Castillo's nephew, Jose A slave driver who forces outcasts to grow that poisoned Feviro tobacco But the Montero family is waging war against Jose They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar His name is Fili Barzaga, and he's their gatekeeper If I were you, Dani, I'd start in Madrugada We take back that tobacco with the Montero's help, and we got Castillo's Feviro at the source You just need to find this mechanic Fili I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara Hang on I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself How? Simple You help Any way you can Gut, da wissen wir zumindest, wo wir dran sind und was wir machen müssen I send a squad to these groups, I'm an invader I send a scout, then I'm not serious With you, they get my best guerrilla without politics and bullshit Just help Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, et cetera, et cetera Then he needs a walk Viva Libertad, Hefa Yeah, yeah I'm not Clara's best guerrilla, you are You're not listening Translate, Juan The accent Clara hides it best she can, but she was born rich From a family of true yarn she left behind She can shoot, bleed, drink with us all she wants But she can't hide the stink of the upper class What's that have to do with me? You are an orphan, Dani Poor, from the dirt When they see you, they don't see politics They see they have no excuse She's using me Si, and you're using her right back Do you want to kill Anton? Si Do you want to free Yara? Sure you do But here's what Clara can't say But you and I both know You want this You're a guerrilla And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush The smell of sulfur burning your nostrils It's, it's It's fun Don't worry Your secret is safe with me So Der Einsatz ist abgeschlossen Die Guerrilla Genau, so ist es War das schon alles? Warte mal, warte War das nur jetzt das Gequatsche mit dem? Oder was? Ja, die Feuerschaft und die Guerrilla haben wir jetzt abgeschlossen tatsächlich Naja, gut Die nächste Mission ist das hier Kontaktiere Maximas Matanzas in der Region Valle de Oro Protestwebgruppe Inoffizielle Stimme von Libertad Wenn Sie reden, hören Sie Leute zu Die Gruppe wurde auf die schwarze Liste gesetzt und auf der Flucht Ich muss sie finden und beschützen Finde Maximas Matanzas Vor Castillos Truppen 150 EP und Talisman So, jetzt muss ich gerade gucken Jetzt hast du ein bisschen da irgendwo gleich rüber Wir haben doch hier bestimmt irgendwo ein Schiff Haben wir doch Aber wir haben jetzt noch eine zweite Mission Moment Ja, kann man theoretisch Und Teros Treffen mit den Legenden Und Treffen Ja, ich will aber diese Mission als erstes mal weniger machen Das machen wir auch Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch einige Dinge zu tun Gut Extra Inhalte verfügbar Alle Inhalte zusätzlich gekauft Und die Inhalte so nur dahin Ich höre dir das Arsenal Die Amigos und die Vorbewegungsmittel In Inhalte einzusehen Gut Wir haben 300 Farquay-Credits bekommen Den Shops besuchen wir auch nicht jetzt Das mache ich mal auf Screen Und ja Trotzdem bin ich mal raus Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Liebe Leute Und dann geht's los Und treffe die Band In In einem Fort In Palaceras Das ist nämlich da vorne irgendwo Das machen wir dann, ne? Bis dahin Tschüssi Bis dahin